ja leute einem wunderschönen so wir ja machen ein nächstes spiel wenn man das schon so sieht schöner sommer schöner frühling was immer mehr oder gut winter wenn es schneit ist sieht auch schön aus aber ich bin mehr so ein sommerkind warum muss es immer so regnet ok genug geweint wir wollen spielen ja so dann gucken wir mal aufspreche was haben wir denn hier alles deutsche polski russische mascher was wir mal mehr so spielablauf allgemein untertitel verhalten automatisch verloren text mit gutung schützte musik ok dank also geht zu ende alles klar ja leute das war das spiel wunderbar hat schwarz gemacht nein das war ein scherz das war echt ein scherz na so das was nein warum darum so ok dann wollen wir schauen los geht's mal gucken wie das spiel soll ja ungefähr aus so sein so los geht's so ich dachte die redet noch mal ok ein wunderschönes bild umdrehen einpacken mama ich will dass ich mich mein zimmer für den umzug nächste woche aufräume es hat zwar gedauert aber ich bin ein bisschen weiter weg fast also fast fertig ein paar sachen auf meine liste vielleicht noch alles klar ok fehlen so geht schon so los ok ich muss schon sagen so sieht die grafik einerseits noch die fernseher alte zeiten schön mit aufklärer mit schmetterlinge sie doch schon mal cool so so wenn man zum beispiel so kurz hier was gucken hm warte gleich haben muss grüß wo muss gleich haben muss ok jetzt haben wir es so wollen wir das auch haben so 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 also wie gesagt alter fernseher die alten zeiten das war noch die besten zeiten natürlich guck mal hier schön dvd ok ja dvd ist auch langsam vorbei vorbei alles ist vorbei ok hier haben wir noch ein paar sachen muss haben freundschaftsarmband aufheben ok einpacken ein ein ok also sie redet auf jeden fall in englisch gibt es leider nicht komplett in deutsche version aber ist egal kein problem oh guck mal wie süß ein tamagotchi wer hatte früher ein tamagotchi gehabt ich hatte auch einen aber der ist leider verstorben man muss ihnen ja immer essen geben oh was haben wir denn hier eine geburtstagskarte oh guck mal wie süß oh guck mal alles gute zum geburtstag theresa es ist immer so spießig wenn du zum besuch bist ich kann das nächste mal kaum erwarten ich bin so stolz auf dich deine arbeit und deine art von frau die du geworden bist viel liebe tante august oh die liebe tante natürlich das packen wir mal gleich ein aber schön ist die machine kann man nie meckern poster heimpacken ok also wie gesagt die ziehen um das weiß man jetzt schon jahresbuch ach ein jahresbuch guck mal ach geht weiter zur schule kids werde nicht wie ich ja werde nicht wie ich da hast du recht packen wir das auch mal rein so ist jetzt los ok oh was ist das denn eh ach so ein stift einpacken natürlich ich das ja auch oh guck mal hieß ja oh wie süß einpacken wie das denn ja nicht so nun kraut um cool oh guck mal auch einpacken sollen wir ja noch ah nevada home to all manner of folksy cryptids and cool dads cool packen wir auch rein natürlich alter hat die nur geburtstagskarten hier oh mit kätzchen aha knordeln wozu brauchst du streichhölzer brauchst du etwa so sagen das immer die eltern aha die ist alkoholikerin nein komm wir wollen jetzt nicht übertreiben oder oh guck mal was zu saufen cola 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 das packen wir ja auch mit mit einpacken auch einpacken was haben wir hier wow auch einpacken oh guck mal die fotos mit papi einpacken so das auch einpacken das auch einpacken schulzeitung einpacken einpacken was haben wir hier nagellack ja schön in schwarz einpacken flugticket jawohl die vor mama verstecken die weiß nichts davon das ist nicht gut schubladen die zeugnisse flugblatt ah ja noch mal nagellack lippenbalsam auch gucke mal eine kleine kuh drauf die kuhweide so nagellack hier haben wir noch mal einpacken tasse von mama wie süß einpacken radiergummi war weiß ja nochmal radiergummi ach der rechner war ja der imac version war das noch da war alles schon mit eingebaut ich glaube genau hier glaube ich kam die dis aber das hatte ich leider nicht gehabt ich schon die neue version schon gehabt ok so halbwegs haben wir ja alles schon eingepackt so was haben wir hier naja fast so so dann haben wir alles nach unten gehen ich liebe es wie hässlich was ist das ja was wollen wir denn machen ah komm ich liebe es ich liebe es woher diese masterpiece kommt von ha 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 sie ha 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 det sinn Ja, ich bin auch. Mom... Aside from this hell picture... Amazing that no one bought it, right? Just shocking. Ah... So you're all packed up, right? Good to go? Oh my god... Just remember that it needs to be done by Wednesday so we can get everything out of here on time. I know... Ich weiß... So... Die meisten Sachen von Oma Helen wurde vom Rahmen des Nachverkaufs verkauft. Ich hatte noch keine Gelegenheit mich umzusehen, okay? Ja, also... Mal was anderes, ne? Coole Grafik... Also... Doch... Hat schon alles an. Ist schon echt cool gemacht. Das hätte ich jetzt allgemein jetzt nicht so gedacht. Ja, das von Grandpa... Ja, das von Grandpa... Ah, schon cool, ey. Ne, ne, jetzt sieht man so dieses Zeichentrick... Version so... Also schon geil. Hätte ich nicht gedacht. Das war ja so ein bisschen... Ja, das war ja so ein bisschen... Ne, wenn man das jetzt hier so allgemein sieht... Ich fühlte mich sehr glücklich, dass ich ihr euch für Ihre Fragen zu fragen wollte... Ich erinnere mich, als wir zu einem Buchsignal, als ich ein kleinerer Kind war. Ich erinnere mich, als wir zu einem Buchsignal, als ich ein kleinerer Kind war. Ja! Ich meine... Die Leute in der Publikum sind so sehr entspannt und nervös, dass sie ihr euch Fragen zu fragen, direkt dort in person zu fragen. Manchmal, wenn ich meine Mutter für die Worte, sie beginnt mit, dass sie mir nicht sagen können, aber... Ich glaube, sie hat mir eine besondere Worte gewonnen gemacht. Na ja, sie könnte mir ein paar Worte geben, und sie wusste, dass sie drei Worte auf der Haus nicht so gut ist. Hm. Hm, 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 hm. Oh, schon... Nie schlecht erspricht hier. Schon eine coole... Geschichte. An der Keller. Warte, gehen wir mal hier lang. Guck mal hier. Sicherheitskasten. Gut, hier ist jetzt nichts. Können wir alles rummachen. Auch Farbeimer. Also, das heißt, die ziehen rum natürlich. Hammer. Taschenrechner. Okay. Warte, können wir auch hier? Gucken. Hm, aber ich glaube nicht. Ne. Hier kann man leider nichts machen. Gehen wir mal wieder hoch. Uuuuh. Nicht schlecht hier. Schönes Häuslein. Hier ist dann vielleicht noch so eine Kamera. Schön Garten. Oh. Oh. Oh, schöne Küche. Schön hell. Aber Tapete... Ne. Ist jetzt nicht meins. Kühlschrank. Auch alles schon ausgeräumt. Oh. Was haben wir denn hier? Älpfichchen. Oh. Was haben wir denn hier? Was ist das hier? Du... Popdose. So. Ah, ja. Kühlschrank zu. Kühlschrank. Okay. Pips. Pips. Kaffeemaschine. Oh. Okay. Okay. Die Mutter raucht. Aschenbecher. Aschenbecher. Wohnzimmer. So gleich mit Essen und alles drum und dran. Ja, das finde ich immer cool. Gerade in Amerika. Sehr cool gemacht auf jeden Fall. Ja, das finde ich immer cool. Okay. Farben einmal. Dies und das. Gehen wir nochmal hier rum. Wow. Auch wenn man so sieht, ne? Hier kann man schön essen. Schön groß. Hier ist Wohnzimmer. Nochmal extra. Genau. Hier wird dann so Fernseher kommen. Allgemein. Oh. Sieht schon mal einen schönen Kamin. Also hier hätte ich mir das auch schön anrichten lassen, ey. Aber... Ich habe ja wie gesagt eine Leinwand. Ich müsste erst mal überlegen, wo ich das hier mache. Naja, gut. Man könnte das hier... Da der Beamer. Jetzt hier zum Beispiel. Von da. Ja gut, würde gehen. Schön gerade. Müsste man halt gucken, wie dann das Bild dann aussieht. Man kann es ja wie gesagt noch einstellen. Oder hier, wenn man hier so die Länge... So ungefähr. Juuu. Was haben wir denn hier schönes? Ach hier. Oh, auch schön. Guck mal hier. Hat sie getöpfert. Oh, sehr schön. Hier extra noch mal was zum Arbeiten. Okay. Hier raus können wir wieder nicht. Also Garten. Wow. Na ja, gut. Das ist ja jetzt nicht so. Na, wo es geht. Oh, sieht so schön aus. Okay. Gehen wir mal nach oben. Oh, hey. Wollte sagen wir es. Was war das denn? Ach. Exhaustet. Die Städte-Wahl war viel. Aber... Das ist leicht für dich zu sagen. Ja, ich erinnere mich. Und die Antwort ist noch nicht. Ich... Well... Noch mal. Eins nicht ausziehen. Also ist halt... Schnell. Das ist ja so. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Okay, okay, ich komme. So, warte. So. Okay, aber auch sehr schön groß. Na gut, die Farbe geht eigentlich. Früher hatte ich auch mal Lina gehabt. Geht eigentlich, komm mal nicht meckern. Sieht schön aus. Okay, ich hätte die Omse geschlafen. Aha. Da ist die Straße. Ja, ich mag hier gerne so schöne Häuser. Schön amerikanisch. Schön groß. Ja, nochmal hier. Jugendzimmer. Ah, okay. Okay. So, hier ist Schlafzimmer. Kann man so sagen. Die Omi geschlafen, wie ist da alles schon. Bett. Raus. Badezimmer. Aha. Na ja, für ältere Leute, dass sie halt nicht... da rein... da rein... äh... ja... reinpflanzen. Reinfallen. Sagen wir mal so. So ist besser. Reinfallen. Okay. So. Für ältere Leute. Scheiß aus. Hier ist noch Zahnpasta. Das kann ich immer noch nehmen. Nee, geht nicht. Okay. Oh, schönes Zimmer. Also... sehr schön gemacht. Hier ist auch schon alles. Da waren wir auch schon... Warte mal, was waren das jetzt? Kuss Mama anrufen, weil sie ein Buch sucht, das ihr aus irgendeinem Grund wichtig ist. Es ist wahrscheinlich irgendwo oben. Achso, oben. Okay. Oben. Warte mal, hatten wir hier nicht so ein Buch gehabt? Hier war doch irgendwas. Hast du doch schon in der Hand gehabt irgendwo. Wo? War denn das? Das hier irgendwo? Dreckswischer. Das war gerade ne Scheiß Mücke hier. Hm... Wo war denn das? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Oh, ich sehe. Hm. Hey, Mama. Was a real inspiration He left a very nice note And a lot of money? Well, it was just an old desk But it had sentimental value For us, maybe And for him, obviously Can I see the note? Sure For us, maybe And for him, obviously Can I see the note? Sure Hmm, amazing Okay Well, okay I guess it's alright that he got it Glad you approve Well, okay I guess it's alright Okay Oh, okay. Ah, wie gesagt, das ist schon eine Scheiße. bis gleich Hallo, ich bin der sehr repräsentieren der Modernen Major General. Halalala tut 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 tut. Mineral! 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 Hmm. Okay, also Dachboden. Okay, come on up! Damn, it's dusty. Now, where is that book? Hmm. Hey, Mom. Okay, well this is just creepy stuff. Why are these up here? You'd rather they were downstairs? Good point. What's under here? Ah, here, let me grab that. I'll put it up here to look through. Hmm. Yeah, there's a bunch of old stuff in here. But... Uh... Mom? Hold on, it might still be here somewhere. There's... something... Ah, here it is. Maybe if your dad had read this, he wouldn't have stopped working at the video store. Mom! What's in there? Hmm. Okay. Koffer öffnen. What's in there? Ah, this is just some junk from the old summer house. Your family had a summer house? Well, it was more of a cottage. I guess. We spent the summers up there for a long time. And you've never taken me to visit? Well, I haven't been there since I was your age. We just stopped going one summer. The summer after my dad died. I think there were just too many memories there. Oh my god. What? Aren't you seeing it? Seeing what? Right here. Behind them? That's a freshly covered hole. Uh-huh. It's obviously the location of the buried bootlegger Golt. In our backyard, you mean? Indubitably. Lady probably buried a bone there. Dogs don't really do that. Only cartoon dogs do that. Only cartoon dogs bury bones, but real-life bootleggers bury gold in people's backyards? In 1968? It was a different time, Mother. Sure. Okay. Grandma's sunglasses? Vintage. Can I keep them? You think they're your style? Yeah. Sure. Just be careful with them. I'll guard them with my life. I'll guard them with my life. Okay. That's amazing, right? Cool van. I did love that van. The engine died for good while we were visiting the summer home, and so I just turned it into my bedroom after that. You slept in a broken-down van? Well, the summer house was small, and I always had to share a bedroom with August. When I realized I could have my own space just by sleeping out in the van, it was a no-brainer. Did you, like, redo it to be, like, a bedroom inside? Yeah. Your grandfather pulled the seats out for me, and I set up a little bed frame with a mattress and all sorts of posters and pillows and shelves and things like that. Wow, that's actually cool. Could I do that? With our car? No! Hmm. Hmm. I don't remember. Ui, 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 ui. Ein Verbrechen. Well, whoever this guy was, it sure seems like he and Grandma had something pretty intense going on. Was Grandma Helen... ...in some kind of secret relationship? No! Not the Helen I knew. Ah! Intrigue! Grandma, what were you up to? Grandma's... ...diary? Should we? Oh, I don't think we should really... Oh, Grandma wouldn't have cared. I'm dead. What difference does it make to me? I can hear her saying it now. Wee, Schlüssel. Something at the summer home, I assume. Okay, well, now we've got to go check the old place out. To find out who this mystery man was. Don't you want to know? I don't know, Tess. We still have so much to do around here. Come on. It'll be fun. An adventure. I still need to call Tina at the theater and finish cleaning out the fridge. Come on. We never get to do stuff together. You spend all your time at the theater, and I spend all my time in school. When was the last time we were able to do something? To talk? Well... You do want to know, don't you? I can see it, Mom. I can see it in your face. Oh, God. You know, a little change of scenery would be nice. Ha, that's the spirit. We could spare a weekend before we have to move for a little road trip, right? To tie up some loose ends. Right. And some of those little towns along the way are great for antiquing. Yeah, sure. All right. It's a deal. Let's hit the road and see what we find. I could really use a break from all this, even if it's just for a weekend. Pack your overnight bag. Yes! And bring your homework. I don't need you falling behind at school. What about August's book? We can FedEx it to her when we get back. Okay. A road trip. This is gonna be great. A road trip. Ah, that quick. What are you doing back there? Are you gonna do your homework? No. Reading in the car makes me carsick. Then what are you messing with back there? I don't know. So, stop it. It's not safe. Is it okay if I turn on the radio? I don't know how much signal we'll get, but... Yeah, sure. I don't know how much signal we'll get. I don't know how much signal we'll get... Das war's für heute. 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 Ich kann's imagine dad passing up a free summer home where he could just hang out and do nothing all day. So you're saying your father is lazy? No, dad's a hard worker. Okay. He'd work late at the video store all the time. He'd be there with the closing shift. Watching movies on the store monitors. You've got to have something on for the customers. Closing is a pain in the car, and he'd manage the schedules and store finances. He even made the window displays. Fine. Those were pretty cool. No, I mean, I mean, I guess there's a real reason I never told your father about the old summer place. Because I knew he would never have put in the work to actually fix it up so we could use it. It needed a lot of work. It needed a lot of work. Well, not last I saw it, but being unoccupied for decades, out there in the middle of nowhere, it's got to be falling apart. Yeah, you're right. That sucks. I was hoping maybe we could fix it up. And use it as a vacation home? We're about to be kicked out of our actual home. What would we need a vacation home for? To live in? To live in? Tess, I'm sorry, it's... You couldn't live there, and not year-round. Why not? Well, it doesn't have central heat, or even really insulation. It's a summer home, not a winter home. Well, it's better than not having a home at all, isn't it? Okay, you know, we're not going to be homeless. But we're getting kicked out of Grandma Helen's house. We don't have anywhere else to live. We'll find a place. What kind of place? I don't know yet. We're going to be living in this car, aren't we? No. Just like when you lived in that van. We can find an apartment. How are you even going to pay for an apartment? The theater company, you know... I thought you said it was underwater. Well, you know, it's not doing great, but... Mom. What? When are you going to give up on the theater? Give up on it? I'm responsible for keeping it running for our performers and our audience and all those kids they bring to the theater on field trips. But how are we going to have money? Things will pick up. Ever since 9-11. Oh, my God, Mom. This theory! Theater going has plummeted. Yeah, on Broadway. You think people are staying in because they're afraid of terrorism in Greenville? It's a national trend. You sound ridiculous. Well, maybe I am ridiculous. Yeah, maybe you are. It was easier when your dad was still around. At least we had more than just my income to work with. And then he goes and runs off. Well, have you asked dad if he could send back some money? To help? Absolutely not. He doesn't have the money. But dad moved out west for work. Don't laugh at me. I'm not. I'm not. It's just work. Sure. It wasn't for work? Then what was it then? I think I deserve to know. If he hasn't told you his side of the story, I'm not going to step in and take that responsibility for him. Like I always did. Your father left me in a hell of a situation. We made all these decisions together. Do you not understand that? We made decisions that depended on us both, you know, sticking around. I didn't plan for any of this. You idealize your father, you know that? And I just don't really want to talk about it right now. Fine. Let's never talk about it. Let's never talk about anything important. Oh, the radio station went away. Yeah, we're pretty far out here. Maybe I'll see if I can find anything else. Let's not hear if I can find things. Yes. Vielen Dank. 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 Also super, super Spiele auf jeden Fall. Ich denke mal, hier würden auf jeden Fall Folgen kommen. Also das kann ich jetzt schon mal versprechen. Wann es so kommt. Ja, gucken wir mal. Aber schon sehr interessant. Okay. Gut. So, bis, Bis dann, haut rein. Ciao. Okay. 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 Okay.